Darf ich rauchen? Stört es Sie, wenn ich rauche? Oh scheiße, ich hab die Zigaretten im Auto gelassen. Aber ich weiß sowieso nicht, wo ich die blöde Karre geparkt hab. Ich bin stundenlang rumgelatscht, ohne Pause, bis ich jemanden gefunden habe. Irgendjemanden zum Reden. Es hätte irgendjemand sein können. Aber jetzt sind sie's. Nun ja. Man sagt ja, seinen Nächsten richten ist wie sich selber richten. Oder? Und Gott wäre in jedem von uns. Wir wären also irgendwie Gott und alle gleich. Gegenseitig für uns verantwortlich, oder? Das heißt, sie sind für alles verantwortlich, was ich in meinem Leben gemacht habe. So ungefähr. Ja. Ich kehre zur Quelle zurück, wie ein Lachs, der gegen die Strömung schwimmt. Und dort verendet, Stück für Stück sich im Schlick zerfleddert, wo er herkommt. Denn er hat getan, was er musste. Und das war's. Er zerfällt in kleine Teile, schwimmt zerfetzt in den Tod. Eklig. Nicht einfach, mit dir zu reden. Ich weiß nicht mal, wer du bist, was du so machst. Ich rede mit dir und sehe, wie du guckst. Wie ein Opfer. Was ein Opferblick. Du hast ja einen Opferblick. Das ist verrückt. Oh Scheiße. Das einzige Wesen, das mir über den Weg läuft, ist so ein potenzielles Opfer. Ich rede mit dir und was machst du? Du stehst da ohne einen Mucks, wackelst mit dem Arsch und ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Naja, ich bin eben nicht gewohnt, auszupacken, weißt du? Das letzte Mal, als ich gebeichtet habe, wenn man das so sagen kann, war bei einem Priester. Bei einem Priester. Ich gehe in die erstbeste Kirche und packe alles aus. Sag ihm, ich habe jemanden umgebracht, der gerade aus der Kneipe kam, mit Kugel in den Kopf und so. Und der Priester sieht mich an und weißt du, was er sagt? Der Sack. Ich war auf alles gefasst, nur nicht darauf. Der sagt, er versteht mich. Ihm geht es genauso. Er kennt es. Der Priester sagt, er kennt die Geschichte. Das Gefühl, er kommt aus dem Libanon, war Soldat, den ganzen Krieg lang und hat auch viele Leute umgebracht. Gott erkennt die Seinen, sagt er. Und deshalb ist er auch Priester geworden. Ist das nicht verrückt? Aber ich habe gar keine Lust, sowas zu machen. Priester zu sein und mich an die Stelle der anderen zu setzen und mir das Leben der anderen anzuhören. Keine Lust auf Vergebung erteilen bei jedem geklauten Appel und Ei, Ehebruch oder Abschreiben vom Nachbarn. Der ganze Scheiß ist mir egal. Aber wenn ich dir das jetzt erzähle, trägst du ja die Last. Du trägst das Kreuz und wirst es überall mit hinschleppen. Es wird dich belasten. Dir schwer im Magen liegen bis ans Ende deines Lebens. Denn du wirst dich nie von diesem großen Drang befreien können, es immer wieder rauszuschmeißen. Du wirst es immer wieder jemandem erzählen wollen. Du kannst das Geheimnis nicht für dich behalten, weil du nämlich Opferaugen hast. Den Körper eines geborenen Opfers. Und Leute wie du, die nichts ertragen können, weißt du, was ich mit denen mache, weißt du das? Weißt du nicht? Kannst ja mal raten. Ich werde dir das jetzt ins Ohr rammen und deinen Kopf sprengen. Also hör gut zu. Gestern Nacht nehme ich so eine Frau bei Anhalter mit. War ein bisschen kaputt vor lauter Müdigkeit. Und habe ihr meine Geschichte erzählt. Sie studiert Psychologie, sagt sie. Na dann los, sage ich mir. Sage ihr, sie ist auch verantwortlich. Und sie würde Gott in sich tragen. Und dann beichte ich ihr alles, nach und nach. Erzähl ihr alles. Und sie will raus aus dem Wagen. Fängt zu flennen an und so. Zappelt wie so ein kleiner Fisch im Sand. Sie flieht auf den Kartoffelacker, nachdem ich ihr alles erzählt habe, bis ins kleinste Detail. Das ist doch Verrat, oder? Ich schnapp sie mir wieder, sie schreit. Ich leg sie um, weil sie total nach Opfer roch. Und ich wusste, sie hätt's dem Erstbesten erzählen können, ohne an die Folgen zu denken, die sie nicht mal ahnt. Naja, so war das gestern Nacht. Leute, die diese Dinge nicht für sich behalten, sind wie eine Kette, die man nicht durchkriegt. Du hast dein Leben also in der Hand. Du trägst die Verantwortung. Also behalt das für dich oder du stirbst. Klaro? Maul halten. Oder ab in die Kartoffeln. Hätten sie vielleicht eine Zigarette? Jetzt geht's mir besser. Ich werd sie nicht mehr aus den Augen lassen. Fast wie eine schöne Hochzeit, mitten im Sommer. Wir sind vereint. In guten wie in schlechten Tagen. Auf Wiedersehen.